Hallo, ich habe gerade einen mehrteiligen Online-Kurs fertiggestellt. Dabei geht es um geistige Führung, eure Geistführer, Inspiration und Intuition. Auf der einen Seite geht es darum, das eigene unermessliche Potenzial nutzen zu können, gleichzeitig aber auch immer vermehrt seelengerecht über die Intuition das eigene Leben zu leben und sich von seinen Geistführern besser anleiten und inspirieren zu lassen. Dieser Workshop hat viele Werkzeuge, einige Meditationen. Also ich finde, wir haben hier wirklich einen tollen Online-Kurs gemacht, der dir wirklich in deinem Leben weiterhelfen wird, dein Leben mehr in eine spirituelle Richtung zu entwickeln und gleichzeitig bodenständig und real zu bleiben. Ich möchte dir den Kurs wirklich von ganzem Herzen empfehlen und ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Dein Andi 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 Dein Andi